Hallo, und herzlich willkommen zu einer Runde Bad Wars auf einer ganz neuen Map Simpsons und ich muss sagen nice ich guck zwar keine Simpsons aber man kennt das auf jeden Fall. Wir sind in dem Haus von denen glaub ich ne? Ja, es gibt einen Hintergang auf jeden Fall den hab ich schon gesehen. Ja, es gibt mehrere Eingänge hier. Ist das Bett hier oben? Nice sieht die aus. Wahrscheinlich hier im Schlafzimmer, oder? Boah, nice, wir können hier alle Türen zuschließen. Boah, hier gibt es richtig viele äh... Bett ist direkt oben rechts. Wo ist der Villager? Ich weiß nicht. Ach, hier im Auto. Wo gibt's denn hier? Bronze und so. In der Mitte, im Wohnzimmer glaub ich ist das. Was soll das hier? Das sieht man doch. Hier ist auf jeden Fall das Eisen. Was hab ich eben noch gesagt? Ich wette, ein Donut ist die Mitte. Hier hab ich den Eingang jetzt verpasst? Anscheinend, ne? Ja. Gut, einmal komplett rumgelaufen so umsonst. Ich bin die erste in der Mitte, ne? Gut, ich hab 14 Eisen. Boah, die Mitte leckt übrigens n bisschen. Also nicht n bisschen, die leckt übertrieben. Wie soll ne Mitte lecken? Ja, die Mitte leckt. Also ist auf jeden Fall schon mal sehr cool aus, die Map, muss ich sagen. Find ich, find ich cool. Ich hab 16 Gold. Gut. Gut. Einfach übertrieben. Gut. Dann mach ich mal eben die beste Rüstung und dann noch ein Dreierschwert, noch ein Dreierschwert für irgendeinen. So. Ich leg einfach mal hier ein Schwert hin und das Eisen. Ich hab drei Bögen gemacht. Ja. So, hier, hier. Und Bufdi. Oder hast du den Bogen nicht, ne? Ich hab keinen Bogen. Hier, jetzt hast du einen. Wo ist das Eisen eigentlich? Ach ja, ich hab schon gesehen. Bei uns auf der Insel. Ich versuch mal hier, wo auch immer das Bett ist, das Bett einzubauen. Ja, ich glaube, dass das oben ist. Oben rechts direkt. Grün ist, glaube ich, in der Mitte, yep. Oh, Smaragde und ich möchte gerne keines verlieren. Doch. Bist du von denen in der Mitte getötet worden? Oder von denen? Ich war bei Rot. Natürlich. Der wurde auch da getötet. Glaube ich zumindest. Ja, den hab ich, glaube ich nicht. Yep. Wo kommt denn hier das Gold? Ach, da. Boah, es gibt ja direkt zwei Eisen direkt, ey. Sehr cool. Kriegs auf jeden Fall mehr. Ist doch gut viel so. größere März, wo mehr Leute sind. Ich geh mal mit ihnen rüber. Ich hab zwar nur, äh, hab 6 Mark, der wär jetzt, glaube ich, nicht so schlau. Ja, ich hab's halt nur immer welche. Ah. Vielleicht kann man sich auch sogar hochbauen. Ich weiß nicht. Also, am Bett. Ich weiß es nicht. Legt das jetzt oder steht? Ach, steht hier noch. Da gibt mir dann Blöcke und so einen Scheiß. Sollte mir auch vielleicht mal eine Spitzsack kommen, damit ich auch direkt was abkomme. Ich bin tot. Ja, sag's doch. Es ist auch... Ne, es ist grün. Nein, ich war von grün. Bitte, Bufdi, mach es. Okay, mal wieder in die Mitte. So. Zack, zack. Selbst kommt in die Mitte. Es wär gut, wenn du mal hinterher kommst. Ja, klar. Mit nichts oder was? Ja. Ist, glaube ich, nicht so schlau, da jetzt mit nichts hinzugehen. Doch. So. Ich hab den keinen gehabt. Ich hab den halt von der Seite schon geschlagen. Und der ist nicht geflogen. So. Dann hätten wir das. Dann hätten wir das. Dann hätten wir das. Dann hätten wir eigentlich in den Donutloch runterfallen müssen. So. Jetzt hab ich endlich wieder meinen Bogen. Hol mir mal. Ich geh in die Mitte. Den Bogen. Nein! Ich bin tot! Der Typ von an der Seite. Ja, kann passieren. Ja, darf aber nicht passieren, wenn ich mir gerade Sachen kaufe. Du brauchst Eisen. Ja, dann musst du zur Eiseninsel rüber gehen. Ja, ist mir schon klar. Ich war gerade rüber. Oh, jetzt haben wir da irgend so einen Typen, der die ganze Zeit wahrscheinlich nervt. Keine Ahnung. Aber dafür sieht die Map echt cool aus. Ja, ich muss ein bisschen... Ach, ich hab jetzt Mark. Ich hab zwei Stück nur. Ja, hol auf jeden Fall. Ja, dann muss ich erstmal noch viel auf hier machen. Auch Rotes in der Mitte. Nö, eigentlich nur zwei glaube ich. Nee, alle. Einer ist doch links rüber. Alle sind... Ja, die waren... Ich war ja aber gerade da. Der Typ hat einen Bogen. Ja, ich auch. Ich glaube, ich brauche mich zum Teleporter. Teleporter. Ich bin beim Teleporter. Wenn dann nicht. Ich aber. Ich hab mich nur gerade siebenmal da hochkommt. Hochbauen? Ja, das muss aber auch ohne gehen oder nicht? Weiß ich nicht. Ich frag mich gerade, ob da jemand schon ist oder ob da noch keiner... Ich werd auf jeden Fall abgeschossen. Da ist keiner, aber ich... Aber der hat mich nicht getroffen. Also, ich bin beim Teleporter und ich hätte jetzt gerne... Ein besseres Schwert und eine Rüstung vor allen Dingen. Ich will da nicht so hinlaufen. Ja. Und ein Ei. Also, damit ich halt nicht noch bauen muss. Yo, Buf, die hat ein Bett abgebaut. Gigi. Ja, ich war auch direkt da. Ach komm, Buf, die. Wo gehst du denn hin? Ich muss ihn ja noch umbringen. Wie geht's denn? Verschwinden. So. Oh, einer ist durch unsere... Grün ist bei uns im Teleporter. Ja, der Gelbe hat viel Aura dran, aber ich hab den trotzdem killen können. Weil der so dumm war. Ja, bei uns ist der Grüne im Teleporter. Es ist nur einer hier. Okay, der hat einen Bogen. Bei uns im Teleporter ist der Grüne, wie gesagt. Ja, ich hab aber noch hier einen Gelben. Ich find den noch nicht. Ich schaust auf den Gelben, mein Gott. Nein, ich bin doch... Ja, was denn der ist... Ich bin alleine mit dem Typen. Okay, der ist mir schon abgehauen. Es kann sein, dass er jetzt auf mich da wartet. Na ja, der denkt vielleicht, dass ich jetzt gleich da hinkomme. Kann ich mir wieder in der Mitte holen Gold? Ja, und ich versuch mal in den Teleporter zu gehen. Okay. Kurz essen. Ich mach das richtig viel Gold hier. Oder wir gehen einfach nach Grün. Ich hab 24 Gold. Wo genau ist das offene Fenster? Oben direkt. Oben rechts. Da ist das Zimmer auch direkt halt, ne? Rot lebt noch. Und wo sind wir? Das hier wahrscheinlich. Boah. Alter, der bin ich erschrocken. Daher. Oben oder unten? So. Oben rechts. Es gibt drei Fenster. Nein, es gibt zwei von vorne, da wo die Garage ist. Das ist das Fenster. Als ob ihr mich da nicht sehen würdet. Wo seid ihr alle, ey? Ich bin ja alleine bei uns in der Base. Ich hab 24 Gold. Wir sind bei Grün. Achso, ja warte. Schon eine Enderperle. Ich kann sogar zwei holen. Ich glaub Pufftis drin. Okay. Ja, der wusste halt direkt, wo das ist, ne? Ich hab nur sechs Maragdel. Ich hab nur sechs Maragdel. Oh. Oh. Ich seh jemanden in der Mitte. Warte, ich geh da gleich hin. Ich wollte aber vorher noch ne Kiste holen, ey. Oh, Kiste aufstehen hier. So, aber am besten wärs noch ne Kiste da oben hinzumachen. Ach ja, ich wollte ja noch ein... Einer läuft den Teleporter. Ich lauf hinterher. Wenn ich glück hab, hat der keinen... Der hat auf jeden Fall keine Rüstung an. Okay. Ich hab ne Enderperle. Ja, für was? Ja, um zu der Base rüber zu gehen. Zum Beispiel rot oder so. Ich geh zu rot. Da steht der Grünne. Ich komm mit. Hab den. Da steht einer, aber der hat keine Waffe. Hup. Ein grün. Tot. Nein, der lebt noch. Hab ihn. Also rot. Ja, ich bin schon da. Oh, Alter. Was hat denn hier für den Weg hier? Ach, hier war ich eben ja schon. Dann haben die mich ja umgebracht. Keine Ahnung wie. Weil ich hier nur überhaupt nicht schlagen konnte. Oh, das Bett hab ich auch. Oh, der hat ein Eisenschwert. Ich bin tot. Aber hab einen. Komm, Bufdi, du grüß ihn. Ich bin hinter dem. Ich hab mich geportet. Ich bleib hier. Zehn Smaragda hab ich. Ich hab irgendwie auch zwei Gold. Keine Ahnung, woher ich zwei Gold hab. Aber ich hab hier Gold alles drin gelassen. Deswegen ist das jetzt nicht Schlimmes. Oh nein, der eine Rote steht da noch. Ich hab kein Eisen. Ich will gerne einen Bogen machen. Ja, bei uns ist es. Bei uns ist der Grüne. Sehr schön. Bei uns ist gar keiner. Doch, der Grüne. Ich hab den doch gerade gesehen, dass wir... Ich bin bei uns. Der ist grad hier rechts rum gelaufen. Da steht der doch. Ach so, hier. Hab ihn. Hattie, der ist der nicht. Hast du Gold, äh, Dings? Was? Ist hier Eisen drin? Ich brauch Eisen. Ja, dann musst du Eisen los. Der Rote, der schießt. Ich sag doch, der schießt die ganze Zeit schon. Die ist noch in der Kiste. Sag schon, wie die Pfeile. Ein Eisen. Bitte, komm, bitte hab ein Eisen für mich. Kann der Rote auch kommen, oder bleibt der jetzt nur die ganze Zeit da? Mach schon mal ein Eisen. Ich hab jetzt Angst, da hinzugehen, weil der mich dann runterschubst oder so. Also schießt der, gesagt. Mit dem Drecksbogen. Ich hatte, glaub ich, in der ganzen Runde noch nichts mit... Ich war die ganze Zeit schon bei Rot. Ich hab das Bett hier abgebaut. Ich hab, glaub ich, jedes Bett hier abgebaut. Es gibt aber noch einer. Ja, es leben noch zwei Rote, die in der Mitte waren, wie du meintest. Ja, in der Mitte ist ja immer noch ein Roter. Weil du das nicht siehst. Nee, seh ich nicht, weil ich nicht da bin. Ich seh einen noch in der Mitte. Ja, einen, da weiß ich, dass der in der Mitte ist. Ja, Buf, die ist auch in der Mitte. Er hat ihn gekillt. Gut. Noch die beiden Roten. Ja, wo ist der nur? Die sind bestimmt bei uns in der Base irgendwo. Ich wette alles damit, dass die bei uns in der Base sind. Ich seh einen. Bei Blau. Nee. Nee, das ist das Grün. Das hat nur Blau von uns. Bei Blau sind wir. Ja. Ja. Ach. Okay, Buf, die war auch schon irgendwo. Ja, der war in der Mitte. Rot über Tele. Ja. Hier die Mitte. Reppe, die die hier gebaut haben. Echt mega gefährlich. Hab einen Roten. Okay. Also Rotgrund über Teleporter. Das heißt für mich, ich geh auch zum Teleporter. Okay, Buf, die wird von denen getötet. Am besten guckst du mal, dass du wieder zu uns in die Base kommst. Ja, wollte ich gerade. Ich hol noch hier die Ladung Gold eben ab. Zack, zack, zack. Wo ist denn unsere Base denn? Da. Blau. Der muss schon da sein. Beim Teleporter war jetzt keiner. Der muss schon irgendwo bei uns sein. Der ist bei uns ja. Der ist bei uns ja. Der ist bei uns direkt. Ja, dann hau ihn doch. Ja, ich geh. Oh, der hat's mit. Nein, als ob. Als ob schon da ist mit. Der hat Eisenschwerter. Aufschaut den guten Bogen. Du bist unten mit denen, ne? Der bau spammt einfach. Ich kann den nicht treffen von hier oben. Ich hab nix für dich hier. Ich hab nix für dich hier. Du kriegst bei mir den Spitzhack. Ich hab nix. Er hat einfach einen Eisenschwerter. Ja, ach nee. Wir müssen hier runter, aber. Oh. Ich hab ihn. Gut. GG. Das war ne lange Runde. Die muss man auf jeden Fall kürzer schneiden. Keine Ahnung. War eigentlich die ganze Zeit spannend. Weiß nicht, dass da irgendwie was nicht spannend war. Ja, war auf jeden Fall ne richtig coole Map. Das muss ich sagen. Hat mir gefallen. Ja, ist halt schwer, weil du überall runter fliegen kannst. Du kannst ja von außen oder innen in das Loch reinschmeißen. Ja, aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Wenn auch immer ihr einschaltet. Bis dann. Tschau. Tschau. Tschau.